Wir entwickeln heute die stärksten Pokémon auf der ganzen Welt und dafür müssen wir hier diese Eier einsammeln mökern. Oh Gott, hier schön auf die raufwerfen. Okay, jetzt haben wir schon mal den ein... Ah Gott, eingesammelt und jetzt hier schön den durch... Okay, jetzt haben wir den auf jeden Fall hier schön, die ganzen Gems. Und, oh, wer wartet da auf uns? Wer wartet da? Wir können jetzt evolfen. Oh, Taub... Ist das nicht Taubsee? Nein, ne? Das ist nicht Taubsee. Doch. Eigentlich schon, ne? Sieht so ähnlich aus. Und jetzt kämpfen die gegeneinander. Hä, und dann können wir einmal... Oh, oh, schnell tippen, tippen, tippen und boom! Was? Alter, der ist voll gegen die Wände geknallt. Oh mein Gott, was? Okay, Level 1 auf jeden Fall schon mal complete. Und da haben wir direkt 184 Gems bekommen. Jetzt können wir sogar hier anscheinend ein kleines Geschenk annehmen, ne? Alter. Und jetzt können wir das Ganze upgraden. Das ist hier die Wand, schon mal auf 3 gemacht, ne? Wir können unseren Charakter ändern, okay. Weil ich will eigentlich der grad bleiben, das ist ja Ash, ne? Und wir haben Missi. Rocko, okay, Rocko. Ja, gut. Complete 5 Mission. Okay, dann müssen wir 100, 300 Meter rennen, 150 Gems. Okay, das heißt, wir haben immer so Missionen, dann kriegen wir nämlich ein Geschenk. Ich wollte euch noch was richtig cooles zeigen, und zwar Rise of Kingdoms. Rise of Kingdoms ist ein geschichtsbasiertes Strategiespiel mit richtig vielen Zivilisationen zur Auswahl. Das Spiel kombiniert Echtzeitstrategie-Gameplay und ermöglicht es den Spielern, aufregend große, angelegte Teamkämpfe zu genießen. Es gibt ultra viele interessante Dinge, die ich euch erzählen kann in Rise of Kingdoms, aber ich möchte euch über ein Thema ganz viel erzählen. Und zwar geht es hier um die Technologie, die euch sogar Kräfte verleihen kann. In Rise of Kingdoms kannst du nämlich den Technologiebaum basierend auf realer Logik einfach auswählen. Welche Art von Technologie-Zusammenstellung ist die stärkste? Das entscheidest auf jeden Fall du. In Rise of Kingdoms kannst du außerdem die mächtigsten Soldaten freischalten, indem du einfach ihre Voraussetzungen erforscht. Außerdem gibt es Allianz-Technologie. Dort hast du die Möglichkeit, Eindringlinge zu bekämpfen. Das Gute ist auch noch, Rise of Kingdoms gibt es auch noch für den PC. Und es ist mit den meisten Computermodellen und Bildschirmauflösungen oder Ausrichtungen verfügbar. Kämpfen fängt übrigens in Echtzeit auf der Karte statt. Jeder kann jederzeit einen Kampf beitreten oder verlassen, wie er möchte. Sobald du siehst, dass ein Verbündeter gerade angegriffen wird, kannst du einfach in Echtzeit zur Hilfe vorbeieilen. Alle Aktionen im Spiel finden übrigens auf einer riesigen Karte statt, die von Spielern und NPCs bewohnt wird. Es gibt also keine isolierten Basen oder separate Kampfbildschirme. Es gibt insgesamt 13 Zivilisationen in Rise of Kingdoms. Jede Zivilisation hat ihre eigenen Kommandeure, die übrigens auf echten historischen Persönlichkeiten basieren. Zum Beispiel Japan hat Kuzunoki und Minamoto. Frankreich hat hingegen John Dark. Lade die jetzt Rise of Kingdoms kostenlos runter mit dem Link in der Beschreibung und verwende meinen Code, um einen fantastischen Bonus zu erhalten. Danke an Rise of Kingdoms und viel Spaß. Wir sehen uns in der Schlacht. Und ich würde sagen, hier kurz mal die Levels machen und jetzt gehen wir schön weiter rein und wir nehmen den rechten. Oh, okay, das war ganz gut. So, hier wird jetzt wieder geupgradet, ne? Zack. Ah, das ist Evolve, denn das Pokémon. Alter, was? Okay, das ist krass. Den nehmen wir auch noch mit, ne? Damit wir zwei haben. Oha. Der sieht stark aus. Der sieht sehr, sehr stark aus. Ah, wir sammeln die Eier ein. Dann müssen wir die Eier mal werfen. Okay. So, hier. Oder ich würde mal eigentlich sagen, das sind Pokébälle, ne? In Eierform. So, und jetzt wird's krass. Ihr Wolfen können wir hier gerade leider nicht. Aber easy gewonnen. Und boom. Oh mein Gott. Alter. Wieder durch, fliegt durch die ganzen Wände. Alter. Okay, das war auf jeden Fall jetzt gerade easy, komm mal komplett. Wir haben jetzt, wie viel kriegen wir? 185 auf jeden Fall. Das ist nicht schlecht. Und damit können wir jetzt hier schon mal unsere Monster angucken. Das heißt, wir haben jetzt schon mal unser Pokédex und ich sehe, dass wir ordentlich noch was vor uns haben. Ey, da kommen wir auf jeden Fall noch richtig cool auf uns zu, ne? Hier, da ist Taubsee. Ey, das sind so krasse, ne? So, und dann machen wir das Ganze ein bisschen höher. So, Mission sind wir gut vorangekommen. Okay. Was ist eigentlich dein Lieblings-Pokémon, Vulkan? Mein Lieblings-Pokémon ist Plinther. Oh, das kenne ich gar nicht. Das ist eine Ente, eine kleine. Eine Ente, okay. Und deins? Meins Pikachu. Meins Pikachu. So, das. Alter, was bekommen wir da? Alter, was ist das Bosslevel? Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. 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 Oh. Was? Boom. Was war das jetzt gerade? Alter. Hä? Ey, haben wir den jetzt bekommen? Kriegen wir jetzt den? Wir haben jetzt 100% bei dem Charakter, ne? Wir haben ein neues Monster. Das kriegen wir nur, wenn wir in Werbung gucken. Aber halt so wild. Wir können jetzt hier nämlich die Kisten ummachen. Und du darfst jetzt entscheiden, welche wir auch machen. Der Kisten-Spezialist. Oben rechts. Oben rechts, okay. Und links. Und links. Oh, komm, ich will die Mütze haben. Und links. Oben links und die Mütze. Ey, das ist unglaublich, ne? Du holst immer die besten Preise raus. Ey, ja, und Ash catcht schon die Dings, die Mütze. Die Mütze, Alter, das stimmt. Okay, jetzt haben wir auch genug Gems gerade, sehe ich. Und jetzt haben wir, oh, limitiertes Offer. Aha. So, jetzt haben wir das schöne, limitierte Offer geholt. Oh, hui. Jetzt haben wir neue Monster im Rökan. Die sehen einfach aus wie Digimon. Ich weiß, die sehen echt richtig krass aus, ne? So, jetzt haben wir auch keine Ads. Und jetzt kommen wir, kommen die Mission. Wir haben jetzt schon mal eine completed. Sehr gut. Alter, wir haben 2500. Jetzt können wir kurz die Wände ein bisschen höher machen, ne? Oh, was? Geht's grad nicht. Und wir können auch, glaub ich, hier, okay, das ist das, dass wir eine Monsters bekommen haben. Okay, dann geht's hier weiter. So, wir haben jetzt, na, ich hab die Mütze noch gar nicht aufgesetzt. Fähre gerade auf. Doch, du hast sie auf. Ne, ne, ich hab sie doch nicht auf. Wir hatten vorher unsere von Ash catcht. Ah, ich hab einfach eine andere gerade aufgesammelt, ne? Wir haben eine neue wieder. Okay, warte, jetzt hier schön. So, jetzt werden die alle einmal gewollt. Zack, alter, das ist so krass. Jetzt sind wir in dem links, in dem links, sieht die cool aus. Vielleicht hätte man beide nehmen können, vielleicht. Würde das auch gehen? Ne, ne? Ich glaube nicht. Okay, jetzt drei gegen drei. Aber der Kaktus ist direkt der Neue. Der Kaktus ist direkt der Neue, ne? Und ich glaube, der ist gut. Ich glaube, der ist gut. Ja, Mann, nein. Oh mein Gott, das ist das Einzige noch am Leben. Zack. Alter, bis 7,5, ne? Und ich glaube, damit sind wir jetzt gerade extrem weit gekommen, ne? Guck mal hier. Nein, danke. Und oh, wir können sogar mal zwei nehmen, ne? Alter. Okay, jetzt haben wir ein neues Monster, ne? Ja, wir haben ein neues Monster. Hier ist, wo war das? Wir haben noch kein neues Monster bekommen. Okay, halb so wild. Oh, ABC World, was ist das denn? Wenn wir S, Q, A, D einsammeln in der nächsten Zeit, kriegen wir sogar Geschenke, ne? Also Missionen. Collect 55 Gems haben wir fertig gemacht. Wir müssen noch gleich fünf Wände brechen. Das kriegen wir natürlich easy hin. Links oder rechts? Rechts. Oh, wir hätten doch, wahrscheinlich doch beide nehmen können, ne? Ich glaube schon. Jetzt wird sich schön einmal mitnehmen, die Eier. Das ist so ein Glumander. Ich weiß, der sieht richtig süß aus, der Kleine. So, jetzt hier wieder Eier einsammeln, das ist ganz wichtig. Und links. Boah, da war eine Säge, ne? Da war eine Säge, da muss man echt aufpassen. Und das ist es, das ist es. Upgraden. Oh mein Gott, wir sind richtig krank aus, Alter. Wir sind richtig krank aus, guck mal. Und jetzt hier, Attacke. Attacke, ja was, alle am Leben. Let's go. Und alle auf den. Oh mein Gott, was? Alter, was? Wie weit fliegt der? Alter. Wow, was? Der ist bis 11,5, der ist durch alle Wände jetzt gerade durchgeflogen, ne? Wir sind, was? Der Arme, Alter. Und wir kriegen gleich ein neues Monster, Bro. Das sieht richtig crazy aus. Das S haben wir schon mal, ne? Und Charakter. Ja, wir können auch die sein, ne? Aber wir sind erstmal, wir bleiben der. Und dann haben wir eine neue Mütze, ich würd sagen, wir nehmen ein bisschen ein Sombrero, ne? Machen das alles bisschen höher. Und wir haben jetzt hier die Mission, hier die fünf, die eine jetzt schon mal fertig waren. Da kommt nämlich nochmal eine neue rein. So, und das Monster haben wir, äh, keine Ahnung, wo man da einsteht, aber kein Problem. Wir gehen weiter, ne? Ich glaub, diese Teile, die anderen sind, äh, sind nicht so gut, ne? Diese roten. So, jetzt hier schön einsammeln. So, alles eingesammelt. Oh, oh, oh. Da ist das Kuh direkt schon, ne? Das Kuh ist direkt wichtig. So, jetzt hier schön Gems. Digga, das ist krank. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Okay, jetzt. Was ist das? Der Bossfight. Nein. Nein. Oh. Ey, was? Boom. Jetzt kriegen wir, glaub ich, das Monster, ne? Kann das angehen? Kriegen wir das jetzt? Kann sein. Oh mein Gott, 100%. Claim mal zwei. Alter. Und wir haben das neue Monster. So, jetzt haben wir hier ein neues, krasses Monster. Das sieht so crazy aus, ne? Und wir haben jetzt hier, das ist jetzt, glaub ich, ein Kistenlevel. Hä? Warte mal. Die Welt sieht anders aus. Die Welt sieht anders aus, ne? Zwar, da müssen wir ganz was einsammeln jetzt hier. Weil wir haben jetzt, guck mal, Schlüssel. Oh mein Gott. Wir haben zehn Schlüssel eingesammelt. Jetzt können wir hier. Was? Höh? Oh mein Gott, was geht jetzt ab? Das geht jetzt ab? Guck mal hier, wir müssen so viele Schlüssel einsammeln, wie es geht, ne? So, fast alle Schlüssel eingesammelt. Komm. Unser Pummel ist... Beide, beide, beide. Oh mein Gott, das war knapp gewesen. So, und jetzt hier. Komm schon jetzt. Ah! Und jetzt hier alle Kisten... Oh mein Gott. Komm, mach die Kiste auf. Mach sie auf. Zack. Ey, was? Wie viele Gems kriegen wir jetzt hier, glaub ich? Krass. 3300. Was? Und, okay, du darfst wieder aussuchen. Bro, oben rechts. Oben rechts. Okay, 170 Gems ist in Ordnung. Du wolltest eben grad in der Mitte unten. Okay, in der Mitte unten. 150 Gems ist auch in Ordnung. Für den Hut. Den Hut. Der Hut ist auf der linken Seite, bitte. Oh nein, leider nicht. Wo war der denn? Das wär krass gewesen, hätten wir den bekommen. Aber leider, der Hut jetzt nicht für uns. Das ist aber halb so wild, weil wir haben extrem viele Gems grad bekommen, ne? Das stimmt. Sehr schön aufleveln. Oh mein Gott. Zack. Und wir haben nämlich auch einen neuen Hut. Ah ne, den haben wir nicht bekommen, ne? Schade. Aber da gibt's doch noch einige Hute, die wir bekommen können. So, neues Monster auch nicht. Wir gehen wieder rein jetzt hier. Jetzt haben wir so viele Eier ein, wie's geht. Das war echt sehr wenig. Das war sehr wenig gerade. Er war halb so wild, ne? Weil hier... Können wir jetzt einfach einen einsammeln? Hä? Im Zwischenkampf? Hä? Oh mein Gott, wir sind... Wir haben jetzt nicht so kommen wie ihn. Was? Ne, doch nicht. Keine Ahnung. Oh nein. Ne. Einsammeln. Neuer Hut. Und Leben. Leben fürs Pokémon. Rechts. Rechts, rechts. Nein, ich glaub links ist stärker gewesen. Egal, halb so wild. So, jetzt hier schön einmal vorsichtig upgraden. Wieder ein Zwischenkampf. Wieder ein Zwischenkampf. Komm. Die müssen jetzt beide gewinnen. Nicht drauf gehen. Ich glaub, das wird schwer. Das wird schwer. Doch, wir haben... Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm mit, Jungs. Gems. Ey, wir haben so viele Gems, ne? So, komm. Eier. So, alle Eier eingesammelt. Hier gehen wir schön rechts. Nochmal upgraden. Nochmal upgraden, ne? Alter, was? Wir nehmen den Rechten. Der Rechte ist richtig krank. Das ist Elmo Chachu. Leben. Das ist Leben, das ist Leben hier. Schön Leben. Das sind jetzt alle... Alter, was? Das ist ein krasser Kampf, ne? Das ist ein Arena-Fight. Das ist ein Arena-Fight. Du hast recht. Oh mein Gott. Alter. Der Arme. Boah. Boom, 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 boom. Was geht denn jetzt ab? Durch viele, viele Dings bliegt denn der? Nein, 17, 18. 18,5. Den haben wir ja auseinandergenommen, wie weit der geflogen ist, ne? Okay, das Spinny-Ding können wir leider nicht mitnehmen. Ist halb so wild. Aber 2200 Gems können wir mitnehmen, ne? Was ist das? Was ist denn das? Hä? Wir haben den Orden. Wir haben den Orden bekommen, ne? Alter. Hä? Das heißt, hier haben wir jetzt Badges, die wir bekommen können. Oh. Level 99 gibt es auch einen, ne? Alter. Okay, Mission. Wir können uns mal gucken jetzt hier. Wir haben anscheinend drei Evolutionen. Oh, wir kriegen... Oh, wir können das claimen. Ah. Okay. Okay. Das heißt, wir haben einfach so einen Hut uns dann geclaimt, ne? Jetzt haben wir den. Jetzt können wir den nämlich nutzen. Eben können wir den nämlich nicht nutzen. Jetzt haben wir den aber. Wir können auch einen Hut kaufen, ne? Wir können auch einen Hut kaufen, du hast recht. So, jetzt hier schön Eier einsammeln. So viel wie es geht, den... Oh nein, ich hätte gerne den linken genommen. Das linke wäre, glaube ich, cooler gewesen. So, hier, schön. Hier, Energie. Hä? Wir haben neue Währung. Energie-Währung. Hä? Und jetzt können wir upgraden. Oh. Das ist natürlich richtig cool gemacht. Nein, die ganzen Eier. Die ganzen Eier vergessen. Oh, oh. Wir haben noch zwei Eier, ne? Nein. Oh nein. Wir haben nicht genug Eier für den. Nein. Uns fehlt ein Pokémon, Bro. Das ist jetzt ganz, ganz Krise, ne? Das müssen wir zwei gegen drei. Haben wir upgrades? Das ist schwer. Das wird richtig schwer, ne? Das ist, das ist... Nein, das ist too much. Das ist zu viel. Oh. Oh nein, ey. Wir sehen es einfach nicht. Das Ding ist, ich hätte einfach eben mehr, mehr Dingsen müssen. Mehr Eier sammeln müssen. Ich habe mich auf etwas anderes zu sehr fokussiert. Das war nicht so schlau. Jetzt nehmen wir diesmal die Tarantel. Diesmal besser. Jetzt wird es hier. Ich sag, hier auf jeden Fall die ganzen Energie-Teile. Mitnehmen. Zack. Okay. Jetzt nehmen wir die schön mit. Und jetzt da die Eier. Das habe ich nämlich eben nicht gemacht, außer sehen. Hatten wir eben gerade die Spinne? Nee, ne? Ne, eben hatten wir nicht die Spinne. So, jetzt können wir nämlich das hier. Jawohl. Jetzt haben wir nämlich auch hier wieder genug. So. Oh mein Gott. Nur eins. Eins über, ne? Wir haben nur eins über. Wir haben echt alle mitgenommen. Hier jetzt alle nochmal upgraden. Zack. Oh mein Gott. Das ist so krass, ne? Komm schon. Alle einsammeln. Und jetzt gewinnen wir den Kampf, aber. Das gewinnen wir jetzt. Let's go. Easy, sag ich. Schön gegen die, ne? Bam. Und. Oh. Boom. Bam. 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 Ey, der fliegt durch so viele Wände, ne? Ey, der schößt dir jetzt mit seinem Kopf. Der hat doch Kopfschmerzen. Zack. Der muss so Kopfschmerzen haben, Alter. Da nachts. 20,5. Jetzt kriegen wir, glaube ich, extrem viele Gems. So viel mehr. Ja, 2,5. Und wir haben gleich ein neues Monster. Jetzt haben wir schon mal das U. Es fehlen nur noch A und D, was echt gut ist. Missionen haben wir 50 Eier schon mal anscheinend. Sehr gut. Dann haben wir hier Skins. Haben wir nichts. Oh, doch. Wir könnten das kaufen, ne? Aber ist, glaube ich, nicht so schlau. Aber wir sind kein Fischkopf Larry. Wir sind kein Fischkopf Larry. Du sagst das. Hier nochmal schön. Alles mitnehmen. Oh mein Gott. Den Easy Peasy. Oh mein Gott. Jetzt hier alle Gems. Alle Gems. Alle Eier. Ich möchte ein neues Pokémon bekommen. Ich will auch ein neues Pokémon bekommen. So, jetzt hier. Nein. Ich habe den... Oh no. Ich habe das Upgrade nicht mitgenommen. Warum auch immer. Hä? Das war ja voll blöd von mir. Oh verdammt. Jetzt sind die nur eine Stufe weiter, ne? Oh oh. Das ist gar nicht gut. Nein. Oh was? Wir haben trotzdem gewonnen. Was? Ja, der Kaktus war es, ne? Der Kaktus war es. Aber wir kommen jetzt halt nicht weit. Das ist nicht so schlimm. Das war eine Verlustrunde. Aber halb so wild. Halb so wild. Geht noch schlimmer, ne? Das holen wir uns vielleicht später. Das geht noch nicht. So, jetzt haben wir hier trotzdem 2700 bekommen, ne? Nicht gedacht. Was wir gleich freischalten. Okay. Du darfst wieder ausgehen, bro. Oben rechts. Oben rechts. Oh. 410. Ist der jetzt noch? Was sagst du? Unten? Unten Mitte. Oh. 320 Gems. Und noch einer. Und oben Mitte. Oben Mitte. Egal. Das waren viele Gems, die wir bekommen haben. Das war trotzdem sehr gut. Und mit denen können wir jetzt natürlich auch die Wände weitergehen. weiterkaufen. Und dadurch halt auch wieder zack, zack. Mehr Upgrades. Jetzt können wir hier schön nochmal weitere. Oh, zwei Missionen. Oh mein Gott, Alter. Ich kriege so viele Gems. So, das heißt hier, das Ding mit geholten Skins haben wir. Ja. Vielleicht gleich das Pferd, ne? So, jetzt hier ganz vorsichtig. Nein, nicht alle eingesammelt. Verdammt. Was ist denn? Den linken hätte ich gerne mal genommen. Den habt ihr aber noch nicht, ne? Oben im A. Das ist sehr gut. Weil es fehlt danach nur noch ein Buchstabe. So. Den linken nehmen wir. Der sieht krasse aus, ne? Weil wir da zwei haben. Jetzt ist es schön. Alle mitnehmen. Oh. Die Energieteile. Energieteile. Okay. Reicht. Alles gut. Alles entspannt hier, ne? Jetzt machen wir die krassesten. So, und die krassesten Pokémon. Machen wir auch. Let's go. So, und jetzt hier schön die ganzen Gems, die wir jetzt gleich multiplizieren werden. Aber wir konnten die nicht entwickeln diesmal. Wir konnten nicht so krass entwickeln, muss ich sagen, ne? Du hast recht. Ich glaube, wir sind auch nicht entwickelt. Ja. Ja. Guck mal, wie der sich den Kopf wieder stößt. Durch die Wand. Alter, wie weit kommen wir? Bis 26. Das waren sie jetzt schon, ne? Das ist ja unnormal. Das ist krass, ja. Das ist echt wirklich krass. Also der wurde jetzt hier schon mal auseinandergenommen. Und den, dem neues Monster frei. Wie cool. Ja, Mann. Sehr gut. So. Das heißt, jetzt haben wir hier schön ein neues Monster. Das grüne. Sieht sehr, sehr stark aus. Neues Skin haben wir leider nicht. Aber wir können die Wände wieder upgraden. Und es fehlt uns auch nur noch ein Buchstabe, ne? Oh, ich bin echt gespannt, was der Buchstabe sein wird. So, jetzt hier schön upgraden, ne? Zack. Das war direkt die Weiterwirkung vom Monster. Du hast direkt die letzte Wirkung vom Monster. Oh mein Gott, was ist hier? Was ist das? Nein, ich habe es aufgesammelt. Das war ein Pferdekopf. Ey, ich habe eins verloren. Ich konnte nichts machen. Oh no. Ich konnte nichts machen. Das ging einfach so. Okay, jetzt müssen wir den Linken nehmen. Verdammt, Alter. Jetzt haben wir gerade einen verloren. Das war gerade richtig unkorrekt. Oh, wer den neun? Aber die sind drei leider. Oh nein. Komm schon, bitte. Wir gewinnen trotzdem. Wir gewinnen. Wir gewinnen. Wir gewinnen. Nein. Oh no. Hä? Egal. Komm, wir machen das jetzt immer so, dass ich jetzt den einen mit noch habe. Das habe ich irgendwie eben nicht geschafft. Ich weiß auch nicht warum. So, jetzt hier schön den mitgenommen, ne? Jetzt wird der geupgradet. Stark. Und bloß nicht gegen diese Kette laufen. So, jetzt hier das Ding mitnehmen. Hier schön mitnehmen den kleinen Racker. Und jetzt so. Wir haben einen Pferdekopf. Wir haben echt einen Pferdekopf, ne? Das sieht so witzig aus. Jetzt nehmen wir den Linken mit, weil der richtig stark sein wird. Und jetzt wird es krass geupgradet. Let's go. So, und jetzt, Alter. Jetzt gewinnen wir hier das Ding. Easy peasy, Alter. Pferdekopf Larry gegen die anderen Monster. Guck mal. Oh mein Gott. Ich bin eins draufgegangen und der wird jetzt so zurückgeschleudert. Bam, 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 bam. Das ist so witzig. Und 28. Ey, der tut mir so leid, ne? Der wurde so auseinandergenommen. So, mal gucken, was das kann. Oh, das können wir vielleicht später mitnehmen. Es fehlt noch ein Buchstabe, Leute, ne? Nicht vergessen. Es fehlt noch ein Buchstabe. Ich kann doch wissen, was dann ist. Auch gerne wissen, was dann ist, ne? Jetzt hier. Das kann... Oh. Das können wir jetzt erst mit den 12 Stunden freigeschaltet, ne? So, das ist jetzt auch ein Boss-Level, glaube ich, gerade, ne? Steht da. Das heißt, die Wände machen wir höher. Und wir gehen rein ins krasse Boss-Level. So, einmal hier schön upgraden, unser Monster. So, dicke Upgrade jetzt hier. Zack. So. Oh mein Gott. Ich sehe ja, dass das Monster auch die Sachen einsammeln kann, ne? Unser Pokémon. Stimmt. Kein Auto jetzt... Oh, wie groß der ist. Extrem groß. Hä? Und das ist extrem groß. So groß war der Leute... Der Gegner. Oh mein Gott, was ist das für ein krankes Ding? Äh... Let's go! Alter, wir haben ihn zerstört, Alter. Den haben wir auseinandergenommen, Leute. Ist das ein Neuer? Das ist ein Neuer. Der kann ja gar nichts machen. Oh, du darfst wieder auswählen. Oh, und Mitte. Pferdemütze. Die kriegen die Pferdemütze. Oben in der Mitte. Links in der Mitte. Ach, das kann doch nicht sein. Aber trotzdem viel. Ja, aber trotzdem echt extrem viele Gems. Das ist 1400 Gems bei Kistenrunden. Das ist schon sehr, sehr krass. Das heißt, hier ist jetzt auch nochmal der Hut. Nein, nein. Egal. Wir haben eine krasse Kistenrunde jetzt. Leute, jetzt können wir extrem viele Gems einsammeln. So, wir nehmen jetzt hier die linke. Nein, die rechte wäre besser gewesen, ne? Glaube ja. Der rechte hätte mehr Gems bekommen. Zack, 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 zack. Oh ja. Oh, der letzte Buchstabe. Und das... Oh mein Gott. Oh nein, links wäre wieder besser gewesen. Links wäre wieder besser gewesen. Idiot, Alter. Jetzt hier. Und schön die Gems. Egal, wir haben noch vier Schlüssel. Sollten, glaube ich, gut sein, ne? Ohohohohoho. Was? Ey, das ist jetzt... Ich sag 5.000. 5.000? Nein, nein. 3... Oh, 5.000. Du hast recht. Was? Und wir haben das Wort, ne? Was denn das für ein Ding? Ist das ein Hut? Guck dir mal den Hut an. Der sieht hier richtig witzig aus. Wir sind einfach Mr. Krabs. Wir sind Mr. Krabs. Ja, du hast recht. Ey, guck mal die Augen, wie das aussieht. Oh nein. Jetzt schwingen sogar hier so Teile, ne? Oh. Das war knapp. So, jetzt hier schön das Pokémon mitnehmen. Jetzt werden wir auf jeden Fall die Level ordentlich schwerer. So. Stark. Hier schön. Oh mein Gott. Da war ein Hut. Da war ein Hut, den hab ich gar nicht gesehen. Da war ein Zylinder. Verdammt. Egal. Wir sind Mr. Krabs. So, jetzt hier schön einmal upgraden. Oh, der Wicke. Nochmal. Upgraden. Hohohohohohoho. Das ist... Oh mein Gott. Den rechten neben mir. So. Weil der Links war nicht abgegradet, ne? Das war die 100-Graded-Version. So. Alter, jetzt. Was ist das denn? Das Ding, Kampf gewinnen wir jetzt, Leute. Natürlich. Ja. Und der wird aus. Auseinandergenommen. Haut rein, Kollege. Bam, 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 bam. Guck mal. 34,5, ne? Alter. Wir haben ihn komplett auseinandergenommen, Leute. Das ist ja... Ohne Spaß. Den haben wir jetzt auch sogar. Das heißt, wenn ihr sehen wollt, wie wir die Pokémon noch in einer neuen Folge holen, dann lasst euch mal gerne ein Like und ein Abo da, Freunde. Checkt euch auf jeden Fall hier das Video aus. Einfach draufklicken. Haut da rein. Bis morgen. Ciao, ciao.